ja und damit herzlich willkommen bei einer weiteren runde series m4 wir machen einfach mal da weiter wo wir letztes mal aufgehört haben auch wieder mit dem stream dabei hallo auch an den stream ja hier hatten wir eine kleine auseinandersetzung ich würde mal sagen wir sammeln hier alles ein ich glaube das haben wir alles schon eingesammelt wir haben glaube ich da vorne genau da vorne haben wir aufgehört raketen voll das doch schon mal nicht schlecht genau hier sind meine kollegen würde ich sagen gehen wir hier rein mal gucken was uns hier erwartet findet die basilika müssen wir immer noch da schauen wir mal wie wir da hinkommen so kanonenkugeln das ist immer sehr toll weil kanonenkugeln die hauen mal richtig gut rein noch mehr kanonenkugeln so so ich oh ich sorry wenn ich das jetzt gerade gemacht habe ich teste hier gerade ein bisschen hier am stream ob es nachzieht oder nicht was war denn das bitte gerade eben wo ach hier drüben alles klar da kommt mal wieder her das war's diese streiter wieder hier 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da ist noch einer So, das sollten wir alle gehabt haben So, jetzt muss ich aber leider mal kurz ins Menü gehen Ich bin glaube ich etwas leise Wir tun mal den Sound ein bisschen Ja, ich muss den richtig runterstellen, weil man mich sonst gar nicht mehr hört So, jetzt aber Jetzt müsste es normal sein So Oh, da kommen sie schon wieder Äh, wir machen mal Die hier Sollten nochmal passen, so Hoffe ich mal Oh oh Oh, das ist jetzt nicht schön Ja, okay War mir fast klar Ich hätte glaube ich weiter nach hinten laufen müssen So, okay Dann schauen wir mal Was haben wir denn noch für Waffen Äh, der Zerstörer Eine von den Kettensägen Boah, das ist halt geil Ich benutze mal hier den Granatwerfer Sollte vielleicht Auch was bringen Hoffe ich mal So Aha Da kommen sie Oh So Oh An die Watt soll ich natürlich nicht schießen Das wäre nicht schlecht So Ups Stehen bleiben ist eine schlechte Idee Und es war sogar gar nicht schlecht Haben wir alle bekommen Im Granatwerfer So Jetzt haben wir den Rest noch ein Ach Das ist immer Phasenweise Boah Den hat es mal richtig fett erwischt Genau Mal mit der fetten Fetten Kanone Einfach mal zerstückelt Ah Da drüben sind noch welche Oh Oh Wow Ich glaube Ah Das war eine schlechte Taktik Gerade eben Ah Ja Reptiloid Okay So 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 Das haben wir hier So Dann haben wir den großen hier noch Ah Ich habe nur noch vier Energie Ja Das ist natürlich nicht gut Ähm Ja Du bist gestorben Alles klar Jetzt muss ich aber gerade mal noch was schauen Bevor es hier weiter geht Im Stream Im Programm Ich habe hier ein kleines Problem Ich sehe hier gerade Dass hier Frames übersprungen werden Was bedeutet Dass die Übertragung schlecht läuft Jetzt muss ich gerade noch mal schauen Moment Das haben wir sofort Äh Da haben wir das Ich muss mal ganz kurz den Stream beenden Ich bin aber sofort wieder da Einen Augenblick So Da bin ich wieder Entschuldigung für die kleine Unterbrechung Ähm Ich hoffe dass es so einigermaßen geht Und der Stream jetzt nicht unbedingt hängen bleibt Es gibt Probleme mit ihrem Stream Zeig den mir nämlich an Ah Das ist natürlich nicht so toll Hm Ja es tut mir leid Es hilft nichts Ich muss das hier leider gerade mal abbrechen Wieder Ah Ich muss da noch ein paar Einstellungen vornehmen Ich bin gleich wieder da So Jetzt nochmal willkommen zurück Und ich hoffe jetzt funktioniert es einigermaßen Und es kann man einigermaßen anschauen im Stream Äh Ja das kommt davon Wenn man ein paar Einstellungen vornimmt Und nicht darauf achtet Wie es im Stream dann auf einmal läuft Äh Ich hoffe es geht jetzt einigermaßen Ich probiere es mal Und ich fange dann einfach mal nochmal an Beziehungsweise ich fange nicht an Ich mache einfach da weiter wo ich aufgehört habe Äh Ich bin ja schon ein paar mal gestorben Ähm Ähm Ja Dann mal viel Spaß beim weiterhin zusehen Und äh Los geht's So Jetzt muss ich hier aber nochmal Komplett Ja Action Time Ich müsste eigentlich Äh hergehen Mir Ähm Heilung besorgen Aber Die ist jetzt hier gerade momentan Ein bisschen Schlecht zu Bekommen So Zack 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 Hier nochmal Und da nochmal Oh da hat es ihn zerrissen Wieso denn nur Hä 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 Aber wieso denn Mensch 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 Wer macht denn sowas So Haben wir den Dieses Leben ist gar nicht schlecht Dieses Gadget In der Hoffnung Dass es mir im Vorteil bringt Ah Ich schieße hier drüber Das ist nichts So So Okay Der wäre mal erledigt Das ist schon mal Sehr positiv So Oh Meine Kollegen Schießen aber sehr gut mit Diesmal So Den da oben noch Ah Fast So Oh Ich habe schon wieder nur 40 Ah Nicht so schön Nochmal den So Haben wir zwei mit einem So Der grüne hier oben noch Oh Wie ist denn das auf einmal passiert Ich weiß es nicht So Wo ist denn hier Hä Ich frage immer wo hier was ist Ich probiere es mal ohne Leben Vielleicht kriege ich es ja Ähm Mit der Railgun vielleicht So Einmal die hier Oh Das war Hellfire Hey grüner wo bist du denn Der grüne ist nicht da Wo ist er Ach da oben Jetzt auf einmal Wenn man sich mal umdreht Ne Äh Es war ein Es war ein Wer hat das wohl gedacht So den kriegen wir zuerst noch Klein So Das wird der Dann kommt der grüne Hört man meine Maus Eigentlich Ich weiß es nicht So Mir bleibt nichts anderes übrig Ich muss es machen So Oh Da trifft er aber richtig gut Ja Da trifft richtig gut Ich komme jetzt in Jetzt komme ich in In der Position Beziehungsweise in Fortschritt vom Spiel Wo sie richtig gut treffen Na ja Treffen tun sie eigentlich immer Das wird schwieriger für mich So Was haben wir denn da Gut gemacht hat er gesagt Gut gemacht hat er gesagt Hä Gesundheit Ich probiere ich probiere es mal mit der Holo-Attrappe Zack Zack Viel Spaß damit Ist die Frage Ist die Frage Wie lange kann ich die damit aufhalten Oh Was ist denn das passiert Nein Nein das war nicht so toll Nein ich möchte Letzten Spielstand laden Bitte Ach ja Ach ja So Wie sieht es denn aus Schlecht bei mir Weil ich nur 24 Energie habe Ja da sollen wir weiter Liegestütze machen Hier Hey Zack Und hier nochmal Oh Na Jetzt aber Das schaffe ich schon wieder nicht Eieieiei Eieieiei So Probieren wir mal was anderes aus Äh Was können wir denn noch probieren Wir können den Raketenwerfer noch probieren Ist ja eigentlich auch nicht schlecht Für die Kleinen Eventuell noch die Autoschrot So Wo ist der Rest vom Schützenfest Ja ich weiß Hier liegen ein Haufen Kanonenkugeln rum Die werde ich mir dann aber auch noch gönnen Ja Action Time Wo bist du denn mit einer Action Time Da ist er So Da oben ist noch einer Da ist noch einer In der Hoffnung Dass es was bringt So Jetzt habe ich keine Raketen mehr Das ist natürlich Wieder toll So Haben wir den Ah Das gibt es ja nicht Wahnsinn Ach ja Es kann sich nur noch um Stunden handeln Oh je Oh je Oh je So Action Time Irgendwie ja Aber irgendwie auch nein So Das war ein guter Treffer Hä Mist Ah Was ist ja Eine Zak oha ne ne da muss mir was anderes einfallen das funktioniert so leider nicht ich probiere es mal mit der autoschrot ich habe zu wenig energie für den kampf hier am anfang so action time sagt er es ist natürlich schön wenn der action time hat für mich natürlich auch so den hat es gut zerfetzt was haben wir hier noch den nächsten so und schon wieder daneben das gibt es ja nicht das gibt es echt nicht wie komme ich hier nur durch die großen brocken muss ich natürlich als erstes aus dem weg räumen die hier von der sorte dafür muss ich natürlich richtig gut treffen genau das ist das problem ich treffe nicht immer und dann noch diese grünen die grünen bälle wo die schießen die hier oben sie verfolgen mich noch das ist ja alles wie wieso fernlenkwaffen ich kann die zerschießen aber so schnell bin ich nicht so jetzt kommt jetzt geht's schon wieder los nein so ich renne jetzt im kreis ich renne jetzt im kreis und hoffe dass mir nichts passiert so einer von der sorte noch hier bitteschön einen hat es zerfetzt zack ich hoffe der rennt nicht auf mich zu das wäre nicht so toll so ich renne hier schön im kreis natürlich wenn ich mich umdrehe kassiere ich mal wieder einen volltreffer so könnte es natürlich weiter gehen da habe ich nichts dagegen so was haben wir denn hier noch hä wo sind die alle? ah hier ähm fertig? warum nicht gleich so? war doch gar nicht so schwer sammle mal wieder alles ein weil der nächste kampf kommt bestimmt so ich hätte gern wieder von diesen kettensägen die ich schießen kann weil das ist eine der besten waffen überhaupt mit der kann ich richtig gut die gegner anvisieren und sobald ich die zerschossen habe oder anschieße zersägt es den einen dann den anderen also drei oder vier gegner auf jeden fall wo dabei sind ich glaube das war es gehen wir mal hier rein war das hier? ja da ist Basilika Grail will be inside just the murderous asshole i was looking for how lovely to see you again sammle and how nice of you to bring your friends so i can take care of all of you in one go but you should know that i feel a kind of gratitude you taught me something about this planet sam it's loud and garish and annoying and surprisingly hard to kill and that's precisely why it needs to die it's a disease and after i've killed you sammle i'm going to do my very best to wipe out every single what's with the legs oh yeah i've been thinking that the whole time why are they so tiny they're freaking me out i told you they were super weird never ask questions when you're not ready for the answers how very ominous yeah it's never good when that happens he'll probably come out as a four armed giant or something nope he's a butterfly was für'n schmetterling kriegte schaden an wie soll ich das machen das ist jetzt die frage wie richte ich da denn bitte schön schaden an oh ich bekomme hier was also schaden richte ich schon mal an aber nicht so viel wahrscheinlich äh wo ah da drüben ja ja was soll ich da jetzt machen ich muss doch erst den da oben irgendwie zur strecke bringen so wir probieren es mal mit dem hier so kriege ich den mit der kanone oh ja ich krieg den mit der kanone ich mach sogar ein bisschen schaden dran ich mach sogar ein bisschen schaden dran hä zünde c4 während ah moment moment zünde c4 wenn er sich erholt ok ich probier's dafür muss ich ihn aber erstmal treffen du ach wow So und jetzt? Nochmal, oh das war nicht schlecht, das war gut. Wo ist das Teil? Komm her, das rennt weg. Oh. Okay, oh jetzt sind wir wahrscheinlich enraged. Wo ist er? Did you hear? Brother Mikhail told you to shut up. Ha, da lacht er. Oh, da ist er gerade. Ach so, der teilt sich in mehrere, das ist mir schon klar. Welcher ist jetzt der richtige, der hier, wo hier Sachen auf mich wirft? Ah, da ist er. Oh oh. Ich hoffe nur, dass hier noch keine anderen Gegner mehr kommen. Es reicht, wenn der hier auf uns schießt. Ich benötige ein bisschen Heilung. So. Mit dem seine Kopien erstmal kaputt machen. So. Oh oh. So, jetzt probieren wir mal die, ja genau, die Raketen. So, jetzt probieren wir mal die, ja genau, die Raketen, 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 die naja da lacht er ja war nicht so von erfolgsgründ ja das blöde ist der teilt sich ok ja du bist gestorben alles klar oh je oh je so dann äh 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 hier nochmal railgun wir probieren mal hier den da ähm wo ist sie denn die mini atomrakete hier was ja ok Wollt's mal ausprobieren. 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 Das war's für heute. Oh nein, das wird wieder nichts. Ich muss Energie tanken. Sorry. Ich brauche Energie. Energie. Eine Energie. So. Energie, Energie. Ja, wo, 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 wo lacht er denn? Ah, hier. Oh, 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 oh. Nicht gut. Oh nein. Das ist echt nicht gut. Oh shit. Einmal anhusten, bitte. Bin ich tot. Boah, wie krass ist das denn bitte? Ah, nein. Ah, Mist. Ja. Jetzt sollte man das mal so probieren. Hm. Ja, niemals. Hörst du das? Vater Mikhail hat dir gesagt, du zuhörst. Du musst meinen Schrauben füllen. We have no fear of you, David. Same hole! So! Der Vater Mikhail hat dir gesagt, du zuhörst. Hä? Wer hat denn das jetzt gemacht? Der Vater Mikhail sagt, du zuhörst. Okay, sterben, sterben, sterben. Und nochmal sterben. Jetzt haben wir ihn aber gleich. Ich weiß, dass wir ihn kriegen. Wow, wie hat er denn das gemacht? Also der macht immer mehr, mehr, mehr und mehr. Nein, ich möchte Spielstand laden, bitte. Dankeschön. Ja, das ist jetzt so ein bisschen frustrierend grad. Das stimmt. Das ist eine große Narrative von Humanität. Das ist die Zukunft der Menschheit. Das ist die Zukunft der Menschheit. Du hast nie gehört. Du hörst nicht? Vater Mikhail hat dir gesagt, du zuhörst. Die Berklar! Die Berklar! Die Berklar! Der Wettungsverte. Wir haben keine Angst vor dem, ihr. Oh, dammit! Untertitelung des ZDF, 2020 Na, kriegen wir diesmal! Sehr gut! Oh, endlich! Ha, ha, ha! Oh, the hero has defeated the villain. And now, what? A one-liner? The perfect manifestation of empty human wit? Maybe a pun? An attempt to ignore the howling abyss with a ridiculous construct of macho verbiage? What will it be, Sam? With what hollow words will you immortalize this momentary triumph? I lost my shoe. What? That's a hard... You, my friend, are mad. But sometimes there is something divine about your madness. Just doing my job, Father. Now let's get that grail and get out of here. Samuel, I am certain now it is not grail. Grail was intended to heal wounds of the world. But this is something else. We came all this way. Let's at least have a look. Ja? Uh-huh. Carter! What? Cut it out! All right. Now what? We must perform ritual. But I think it is unwise. Listen, Padre. If you don't want to do it, me and my friend C4 can always do it our way. No, 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 no. That's fine. Please don't. My way's faster. It may be Catholic heresy, but... I feel bad enough that we blew up Vatican. Hmm, let's see. Avert the judgment of the saint. Avert the judgment. Ah! Blind the divine messenger. Invoke the mark of St. Peter. Peter was crucified upside down. The Ark. I can feel its power. Eh, just hoping it doesn't melt my face off. It's a stick. Do not touch it. This artifact was placed in the Ark to shield the world from its evil. He's right. Don't touch it. What the hell? Stand down, Stone. We're taking over from here. Brand, what are you doing? Sir, we succeeded. This is the artifact. Why are these pendejos pointing their guns at us? Oh, you people. You were so dumb. This whole fucking planet. Oh, sheep. No wonder Mental is winning. You believe anything you're told. I didn't even need to invent General Brand. You already believed in him. He's that tough old bastard who doesn't play by the rules. But if we trust him, he'll do what needs to be done. So you sold us out. I recognize the true order of things. It's time for me to be on the winning side. Humanity had its chance. They should have joined mighty Tahoum, like the Khnum and the older races did. I will present this offering. And the power that lies within it has a tribute to our lord Tahoum, the Magnificent. And they say I'm insane. Huh. I'm not insane. I'm just a pragmatist. There's a hierarchy to the universe. And I'm about to get a promotion. I'm about to get a promotion. Behold, I am the beast of the apocalypse. The lord of despair. I am the last human. Grant us strength, O Lord. Before thee is the soldiers of darkness. For we struggle not against flesh and blood, but against powers and prisoners. Silence, priest. Do you fear the word of God? What does your God say now, Father? He says, fuck you. I'm gonna kick your ass so hard you can kiss your own asshole. You son of a bitch. I want this one gift wrapped. And the others? Feed them to the drones. So, ja. Da hat sich das Blatt doch nochmal gewendet. Aber ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Das war ein relativ kurzer Stream. Ich muss mal schauen, wie ich das mit den Einstellungen wieder hinbekomme. Der Stream scheint etwas zu ruckeln. Da muss ich doch noch ein bisschen Reparaturarbeit leisten. Ich muss das fixen. Und wenn das soweit wieder alles klappt, dann gibt es hier auch den nächsten Stream. Ob es heute noch wird, glaube ich eher weniger. Aber die nächsten paar Tage bestimmt nochmal. Da wird wir hier mal weiterkommen bei Serious Sam 4. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.